Eine Mischung aus traditioneller Kunst und neuen Medien, das erwartet einen in der aktuellen Ausstellung von John Rathman im LWL Museum für Kunst und Kultur. Der kanadische Künstler bewegt sich in virtuellen Welten und setzt sich kritisch mit dem Konsum der heutigen Medien auseinander. Der Westfälische Kunstverein stellt die Arbeiten noch bis zum 1. Mai aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017